Hauptthema natürlich die Corona-Lage. Eike Christian Hornig, der Politikwissenschaftler, hat sich das mit mir zusammen hier angeschaut. Täuscht der Eindruck oder gab es nicht so furchtbar viel substanzielle Ergebnisse, was die Corona-Bekämpfung angeht? Also ich habe jetzt nicht viel Neues gehört, um echt zu sein. Und große Maßnahmen waren jetzt auch nicht, große Veränderungen. Also es war die Rede von Expertenrat, Medikamentenstrategie. Impfen ist klar. Es ging ja ein bisschen noch um die Impfpflicht. Okay, aber wenn ich das jetzt mal messe sozusagen an den Forderungen aus der Wissenschaft, also ich bin jetzt kein Virologe, aber als Virologe wäre ich wahrscheinlich nicht unbedingt begeistert von den Ergebnissen. Omikron ist ja die Variante. Hendrik Wüst hat es noch mal betont. Nächste Woche will man dann die Daten auswerten. Offenbar in Kooperation mit dem Krisenstab, wenn ich das richtig verstanden habe. Haben Sie den Eindruck, dass die Politik jetzt so kurz vor Weihnachten noch nicht bereit ist, in Sachen Omikron irgendwelche neuen, drastischen Maßnahmen zu beschließen? Ist man deshalb so zurückhaltend? Das ist genau mein Eindruck, dass sozusagen mit angezogener Handbremse gefahren wird. Ich meine, Hendrik Wüst hat gesagt, wir machen das Fernlicht an. Naja, also das ist eher Standlicht, wenn es hochkommt vielleicht. Also ich meine, wenn wir die Signale nehmen, die aus der Wissenschaft kommen, die Signale nehmen, die auch aus dem Gesundheitsbereich kommen, wie dramatisch die Lage ist. Und wenn wir das in Betracht ziehen, was es an Vorausberechnungen gibt, wie sich das noch entwickelt, dann muss man sagen, haben wir hier sozusagen Status Quo. Und ich bin erstaunt dann über solche Formulierungen wie vom Bundeskanzler, wir prüfen dann, ob dringender Handlungsbedarf besteht. Also wie gesagt, ich bin kein Virologe, aber es gibt sicherlich viele Leute, die sagen, den gibt es bereits. Also und sich darüber wundern, dass da nichts passiert. Also man scheint sozusagen ein bisschen abzuwarten, man setzt Gremien ein, naja, man guckt mal und so weiter, was passiert. Aber ich kann mir vorstellen, für viele Menschen ist es nicht sehr befriedigend gewesen. Das heißt, das ist Ihnen zu wenig? Wir packen es jetzt an, was ja vorher versprochen wurde, sozusagen mit dem Regierungswechsel. Ja, das kann ich nicht beurteilen, aber ich nehme das als, wenn ich sozusagen die Stimmen als Referenz nehme, die ich eben höre aus Wissenschaft und aus Medizin, dann würde ich sagen, dann stimmt das zumindest nicht, wenn man das abgleicht. Also Kontaktbeschränkungen zum Beispiel, es wurde ja auch gefragt von den Journalisten, nach Kontaktbeschränkungen machen wir das über Weihnachten, wird das intensiviert, diese Beschränkungen? Nee, es gibt ja schon, also es gibt ja schon gewisse Regelungen, aber sozusagen die richtig starke Maßnahme, die ist es jetzt erst mal nicht gewesen. Also wenn ich jetzt zu Hause säße und das gesehen hätte, als Zuschauer ganz normal, würde ich sagen, na gut, dann geht es gerade weiter wie zuvor. Was sehr deutlich wurde, dass man sich mit diesen sogenannten Messenger-Diensten befassen will. Da sollen also auch andere Regularien nun greifen. Aber interessanterweise hat ja Olaf Scholz, der Kanzler, gesagt, so ein gewissen Teil, so ein gewisses Stück an Auseinandersetzung, gesellschaftlicher Auseinandersetzung, auch mit Impfskeptikern, muss man doch aushalten. Das fand ich einen interessanten Ansatz. Ja, es ist ein freies Land. Also erst mal sozusagen, solange es nicht strafrechtlich relevant ist. Und in dieser Debatte sozusagen kann man natürlich auch sein Impfskepsis und so, das kann man ja artikulieren. So, wie gesagt, freies Land. Aber hier ging es ja um Grenzüberschreitung, also so um Einschüchterung. Und es gab ja auch jetzt Medienberichte, wo sozusagen auch Aufrufe zu Gewalt in den Messenger-Diensten waren und so weiter. Und darauf beziehen sich ja jetzt diese Äußerungen, dass wir am Ende das aushalten müssen. Ich glaube, dass das, diese Erfahrung hat schon jeder gemacht, am Arbeitsplatz, in den Familien, dass es da Diskussionen drüber gibt. Das ist nun mal so. Das müssen wir natürlich hinnehmen. Das sagt er auch. Wo ich glaube, wo es ein bisschen vielleicht eine andere Note bekommen hat in letzter Zeit, ist, dass sehr viel stärker auf die Mehrheit hingewiesen wird. Also die Mehrheit ist ja geimpft. Also diese Spaltungsdiskussion, die wird jetzt abgelehnt. Es wird gesagt, nee, also gespalten eigentlich nicht, weil große Mehrheit ja. Kleinere Gruppe eben sozusagen hält sich da raus oder will nicht geimpft werden oder wie auch immer. Aber diese Spaltung ist nicht da. Das scheint mir ein neuer Ton zu sein, so ein bisschen eine Debatte. Aber insgesamt muss man das natürlich klar akzeptieren. Die Expertise von Karl Lauterbach ist gelobt worden, von Michael Müller. Das heißt, das verdeutlicht noch mal, welche Rolle dieser neue Gesundheitsminister spielen wird, oder? Ja, ich glaube, das ist schon eine wichtige Rolle. Ich meine, von Fragen wird zehn Leute auf der Straße, neun kennen den wahrscheinlich. Und es hätten viele nicht verstanden, wenn man den nicht als Minister genommen hätte. Also ich hätte es nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Das hätte man schlecht verkaufen können. Klar, innerparteilich gibt es immer viele Argumente, aber wir sehen auch häufig Besetzungen aus innerparteilichen Gründen. Jetzt haben wir mal eine Besetzung gesehen, die nicht nach innerparteilichen Gründen gelaufen ist, sondern scheinbar nach Kompetenz, sage ich jetzt mal. Und insofern ist das, glaube ich, auch in dem Punkt wirklich verständlich. Herr Hornig, vielen Dank für diese Analysen. Fortsetzung erfolgt spätestens nächste Woche, wenn es dann um Omikron geht. Danke, dass Sie bei uns sind. Gerne.